Verschwinden Sie auch täglich kostbare Zeit in Ihrer Küche, damit Lebensmittel in den unterschiedlichsten Variationen passend zu schneiden? Damit ist jetzt Schluss! Dank des revolutionären Nicer Dicer Fusion von Genius. Das vielseitigste Schneidgerät, das alles bisherige in den Schatten stellt. Würfeln, Stifteln, Viertel, Achtel, Hacken, Mixen, Reiben und Hobeln unterschiedlichster Zutaten. Zaubern Sie ansprechende leckere Gerichte und das unfassbar schnell und einfach. Ihren Kochideen sind keine Grenzen gesetzt. Über 20 Millionen zufriedene Nicer Dicer Kunden haben uns in der Entscheidung bestätigt, den weltweit bekannten Küchenhelfer noch vielseitiger und komfortabler zu gestalten. Überzeugen Sie sich jetzt selbst von den genialen Nicer Dicer Fusion Vorzügen. Leicht austauschbare Messereinsätze für verschiedene Schneidvarianten mit extrem scharfen Klingen gewährleisten absolute Flexibilität und perfekte Resultate mit jedem Schnitt. Zudem hat der Nicer Dicer Fusion einen praktischen Öffnungsmechanismus. Einfach die gewünschte Schnelligkeit einstellen und der Deckel öffnet sich ganz automatisch. Schneller und komfortabler geht es nicht. Mit nur einem Knopfdruck erfolgt die Rasterreinigung wie von selbst. Die Klingen sind aus rasiermesserscharfen Edelstahl in G-Nox Qualität, die jede Schneidherausforderung annehmen. Absolut innovativ sind die neuen extra großen Messereinsätze für größere Zutaten und noch mehr Flexibilität. Die Messereinsätze sind kinderleicht austauschbar, für perfekte Schneidvielfalt nach Wunsch. Mit den kleinen Behältern können Sie zwei Zutaten gleichzeitig direkt in diese schneiden, darin servieren oder mit dem Frischhaltedeckel sicher im Kühlschrank lagern oder als frischen gesunden Snack bei der Arbeit genießen. Alle Teile lassen sich leicht abspülen und sind Spülmaschinen geeignet. Sie benötigen keine Messer oder Schneidbretter mehr. Und alles lässt sich ganz leicht im Behälter verstauen und der ist kleiner als ein Toastbrot. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten den Nicer Dicer Fusion mit Öffnungsmechanismus und praktischem Frischhaltedeckel, ideal zum sicheren Stapeln, Aufbewahren und Transportieren. Dazu bekommen Sie einen Messereinsatz mit Stifteraster für kleine und mittlere Würfel oder Stifte, einen Messereinsatz mit Schneidstempel für perfekte Viertel und Achtel auf einen Streich und den revolutionären extra großen Messereinsatz mit Stifteraster für extra große Würfel und Stifte. Genau, Sie erhalten den Behälter mit Schneiddeckel, den Frischhaltedeckel, drei Messereinsätze mit Zubehör. Jetzt zu diesem unglaublich günstigen Preis. Und das ist erst der Anfang. Wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie zusätzlich den Nicer Slicer absolut gratis. Einfach das Schneideoberteil abnehmen, den Nicer Slicer einsetzen, Schneidstärke wählen und los geht's. Mit Schnelligkeit, absoluter Präzision und perfekter Schärfe. Mit dem Schneidguthalter schützen Sie Ihre Finger und schneiden bis zum letzten Rest. Und mit den ausfahrbaren Julienklingen schneiden Sie feinste Streifen mühelos. Dank des praktischen Handyhoppers schneiden Sie kleine und feine Zutaten wie Tomaten, Weintrauben oder Knoblauch. Absolut sicher und in Sekunden schneller. Das Nicer Slicer Set hat einen Wert von über 40 Euro, aber Sie bekommen es absolut gratis. Genau, Sie bekommen das gesamte Set im Wert von über 100 Euro zu diesem einmalig günstigen Preis.